Liebe Pilzfreunde, die Sommersteinpilze sind los. Wer hätte gedacht, dass die jetzt auf einmal so loslegen, an mehreren Stellen in meinen Sommersteinpilz-Habitaten gibt es Wachstum. Nicht nur so große Exemplare, sondern vor allem auch ganz, ganz junges, frisches Wachstum. Überall Sommersteinpilze, wenn ihr Habitate mit denen habt, ja und ihr vielleicht auch aus Oberbayern kommt, dann schaut unbedingt in eure Habitate. Es scheinen aktuell wirklich tolle Funde möglich zu sein. Amen. Vielen Dank.